Herzlich Willkommen zur Minecraft WG mit dem Rather. Einen wunderschönen guten Abend. Der Shizuka. Hallo. Dem Payne. Hi. Und der Ria. Hallo Ria. Hallo Julia. Ich glaube die Würmer bringen sogar was Gutes für die Felder, dass sie so ein bisschen vielleicht aufgelockert werden werde. Teilweise in gewissen Abständen haben die auch einen Bohnenmehleffekt. Ja. Ein Hoch auf die Würmer, ich liebe Würmer. Ein Hoch auf die Würmer, die Würmer, die Würmer haben ein Hoch. Die haben einen Bohnenmehleffekt? Ja. Wo kriegst du einen Wurm her? Ich brauch so einen Wurm. Hier, komm zu mir. Krass abschlagen. Ne, mit Acker einfach so Sachen. Achja, genau. Die kann man einfach auf die Felder legen oder was? Ja, komm zu mir. In dem 3x3 Bereich. Oder brauch ich mehr Würmer? Wir wässern die und machen den Bohnenmehleffekt. Das ist cool. Das kann ich für meine Farm nutzen gleich. Das ist ja wunderbar. Das war meine Farm. Nein, meine Würmer sind gestorben. Ja, Creeper. Oh. Oh. Warte. Nein, Jeremy. Du warst der coolste Wurm von allen. Ja, ich habe meinen Namen gegeben. Jeremy. Jeremy war eigentlich der coolste. Ich kannte ihn. Jeremy war ja schon ein cooler Dude. Ich habe mit ihm gesoffen schon und so. Das war ja klar, dass du das getan hast. Und zum Saufen geht's. Da ist doch doch dabei. Da sind wir dabei. Das ist prima. Bima. Bima, Claudia. Oh, ich höre die coolste. Da ist doch nicht mehr dabei. Da ist doch mitten drin. Ich bin neidisch. Oh. Ich bin nur einen Tag da. Also von daher kann man... Wir müssen mehr Tage als ich da. Nein. 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 Nein, Leute, die jetzt nicht sagen, dass die Ems kommen. Das will ja sich mit uns treffen. Hochfahren und gleich wieder runter. Da wird ne Gehetzer. Ja. Ich bin wahrscheinlich Dienstag da. Mittwoch. Dienstag. Dienstag bin ich auf Donnerstag, Freitag, Samstag. Mittwoch bis Sonntag. Vielleicht bin ich auch... Beziehungsweise auf der Gamescom bis Samstag. Vielleicht bin ich auch Samstag da, wollte ich grad sagen, damit ich Shizuka treffen kann. No. Oh, lass mal Minecraft VG Treffen machen. No. Ich kann nicht. Ich bin nur am Dienstag da. Ja, nur den halben Tag. Quatsch nicht, Ria. Ich nehm dich mit. Wenn ich frei krieg? Blinder Passagier im Zug. Bei dem Auto trau ich das ja nicht zu, dass das so weit fährt. Ist immer noch so unzuverlässig. Ist halt ne alte Schrottkarre. Nicht gleich beleidigend werden hier. Hast du versucht das mal aus und wieder anzumachen? Wow. Das ist ne prächtigste Frage, ne? Wow. Hab wir zwei totaler Taunend-Oper-Geld? Ältester Joke. Immer noch gut. Ja, gestern waren für, keine Ahnung wie lange ungefähr, ich glaub für zwölf Stunden oder so, kompletten EU-Server mehrere MMOs down. Und bei der Ankündigung auf Twitter so, ja, wir sind dabei, bla bla bla, auch sofort. Have you tried to put it afeinander again? Ah. Der wird halt einfach nicht alt. Nope. Zumal es ja teilweise funktioniert. Ich mein, es gibt ja, äh, nachweislich, äh, Kundendienstgespräche, wo es geheißen hat, ja, haben sie es dann angeschaltet? Ja, schalten sie es mal aus. Oh, jetzt geht's. What? Ja, ja. Ja, wobei, ist halt zum Beispiel bei so Sachen wie Servern oder so, dann, ähm, sagst du halt, eho, das ist ein Fehler und dann verändert die direkt was und sagen, machen sie es mal, äh, wieder aus und wieder an und dann funktioniert's. Weil sie es halt schon gefixt haben dann. Mhm. Ja, da, da ging's um den Bildschirm, da hat eine alte Frau angerufen, dass der Bildschirm nicht funktioniert, ob sie den reklamieren kann. Und dann ist da gefragt worden, ja, angeschlossen und so weiter. Ja, ja, natürlich, ja, ist er denn auch an? Äh, ja, natürlich. Und dann so, ja, schalten sie mal aus. Ah, okay, jetzt geht er. Ja, natürlich, Kappa. Ja, natürlich, Kappa. Ja, natürlich, Kappa. Oh, ne, zu wieder, ne Loe. Haha, Zombie. Haha. Na, ausgetrickst. Jep. Hab ne Mauer gebaut. Trump move. Ja, schön, dass er bei Mauer jetzt nicht mehr automatisch an uns denkt, ne? Mhm. Ja. Na ja, schau mal mal, bis, bis wann überhaupt irgendwie dann, dann heißt so, jetzt haben wir Krieg. Ja, mit Nordkorea wird's ja allmählich ganz interessant. Wird das grad hier zu nem politischen Diskussion? Nein. Weiß nicht. Nein. Vorsicht, jetzt, sonst mischt er sich noch ein, denn, in die Diskussion. Du musst aufpassen. Und dann ist der Spaß vorbei. Geht das denn jetzt hier nicht, wenn der Scheiße hier? Immer noch nicht. Äh, ich in diesen Ton, junger Mann. Nein. Darf ich dir helfen, Rather? Nein. Ihm ist nicht zu helfen. Ich hab ihn. Nee, mir ist nicht zu helfen, das stimmt. Vielleicht sollte ich mir auch die Spreader nehmen und nicht das Living Wood. Das wird vielleicht helfen. Mann, ein paar Breiter, da sind sie doch. So, dagegen. Ah, das geht doch jetzt. Und dagegen, bitte. Alles klar. Läuft. Ja, es wird definitiv ein Wetter geben. Ich hab ne richtig neufige Flieger im Zimmer. Ja. Ach so, äh, gibt's Wetter, wenn's neufige Fliegen sind, oder wie? Ja, also, ähm, es gibt... Weil neufige Fliegen hatte ich heute auch wie Hölle. Es gibt ja diese, diesen, äh, Spruch, ähm, dass das Wetter schlecht wird, weil die, die, äh, Tauben, äh, die Möwen tief fliegen und generell, die Vögel fliegen tief, ne? Und so ist es halt aber auch genauso mit Insekten, wenn du die ganze Zeit, äh, keine Fliegen im Zimmer hattest und auf einmal kommen die alle rein und weißt du, dass das Wetter gleich schlecht wird. Sehr gut. Ein gutes Zeichen. Oder dass die Chance besteht. Ist das wissenschaftlich erwiesen? Nein. Gibt ja die Begründung, hat doch irgendwas mit nem Luftdruck oder Leuchtigkeit oder mit irgendwas... Nee, ich will, dass da eine Bachelorarbeit drüber geschrieben wird oder so. Na, dann fang mal an, Payne. Ob das durchgehen wird bei meinem Studiengang? Wiss ich nicht. Try it. Ja, okay. Oder ich schreib einfach zwei. Ja, easy. Das ist ja gleich getan. Das dauert ja nicht, ja. Nö, cool. Kann man, kann man mal innerhalb von so fünf Minuten. Davor, davor, davor. Hm, kein Problem. Davor. Machst du doch mit links. Da. 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 Daraus mach ich jetzt. Und der muss noch woanders hin. Der? Der eigentlich mehr Glas macht, ne? Muss ich mal eine Schippe machen. Dann reiß das wieder da hin. Pass das überhaupt? Hm. Dich geben wir dann wieder da drauf. So. Aber wo waren eigentlich die Wüste nochmal? Dich geben wir da drauf. Mich juckt's am Kopf her. Oh, ne verzauberte Spitzhacke wär schon geil gewesen. Hm. Oder wie der Spaß heißt. So, ich hätte auch mal solche Würmer. Ich muss jetzt nochmal suchen, wo die sind. Die sehen doch aus wie ein Wurm, wenn man die da irgendwo hat, ne? Ja. Wie so ein kleines Männchen. Au. Die Würmer sehen aus wie Würmer. Au. Au. Ich hatte welche. Ich weiß nicht, dass ich welche hatte. Hast du mal eine Belfrost vorgegeben, oder? Hallo. 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 Die Sucha ist ein kleines Erdmännchen. Sieht voll süß aus. Haha. Kommt halt nicht raus, weil es dunkel ist. Äh, hell ist, oder was? Ja. Ja. Und da ich hier sowieso bauen will. Machst du das in real life auch so? Weiß man's. Payne, zeig mal dein Würmchen. Wo hast du das? Das ist so gruselig, wenn ihr das macht. Kommt zu mir. Ich zeig dir meinen Wurm. Bin da. Ich hab sogar mehrere Würmer. Mhm. Ich bin Wurmsammler. Ich bestaune Würmer. Ich müsste auch welche haben. Dann solltest du so mal ne Wurmkur machen. Ich bestaune gerne Würmer. Ich hab ziemlich gerne Würmer gesehen. Ich hab ja noch Seelen. Soll ich ihn mal da freilassen? Was? Nein. Oh, ich hab auch zwei Würmerkur. Guck mal. Meine Seelen sind aber cool. Nein. Ich weiß, dass ich cool bin, aber ich gehöre halt nicht dir, ne? Hier ist so eine Seelenperle. Soll ich mal? Nein. Die kommen einfach aus dem Gras, die Würmer, oder? Ich glaube, ich hau ein Gras umkriegen noch. Ne, da können wir mal ein Samen. Ne, äh, Gras, ähm, Grasblöcke mit der Hau bearbeiten. Also mit der Fakke. Ah ja, okay, danke, 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 danke. Komm mit der Hau bearbeiten, alles klar. Bearbeite den Boden mit der Hau. Lass die Hau den Boden aufackern. Der Boden zeigt. Ne, Jule, halt's. Halt den Boden, Jule. Ach, sprich dich aus, sprich dich aus. Bin ich jetzt wieder hier, oder bin ich jetzt woanders? Ich weiß es nicht. Wenn ich hier bin, bin ich auf dem Sonnendeck, bin ich, bin ich. Oder im Solarium. Nein, ich soll da nicht sein, das ist hier die Frage. Oh, das ist mir zu philosophisch. Das ist mir zu philosophisch. Da müsste man ja nachdenken, ne? Richtig. Das wirst du jetzt keine Überraschung. Ja, dann sehr gut. Wow. Nice. Ernsthaft. Was ist los? Ich hab schon eine gemacht. So kann ich das mal machen. Ich brauch ne Hau. Ho, 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 ho. Okay, ich hab gerade aus Versehen aus Reflexproteine zu mir genommen. Was? Hast du nen Wurm gegessen? Hast du nen Wurm gegessen? Nein. Oh, das ist jetzt komisch. Ja, ne Wurm. Ich mein in real life. Hast du ne Fliege verschlägt? Ich weiß nicht, was es war. Ein 3x3 Feld macht die, 3x3 Feld. Wo kann ich die überall draufsetzen, die Würmer? Ganz im Hals. Nein, also es war klein. Jetzt knirscht was vielleicht. Echt ne Spinnen. Nein, ich bin auch wenig. Hat's gequirscht? Nein, das war. Also ich hab nur ganz kurz den Widerstand gespürt. Ganz klein. Ey, weißt du, ich spür so was an der Welt, dachte ich sei noch was zu essen. Auf einmal merke ich, Moment. Essen von vorher. Nom 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 nom. Das war vorher nicht da. Also ich glaube, das war irgendwie hier. Haben die echt nen Brummideffekt? Entscheidend. In gewissen Abständen. Weiß jetzt nicht wie oft die... Keine Ahnung. Und sie bewässern wir. Wässern bringen wir jetzt zwar gar nichts. Aber... So, ähm, dann wollte ich jetzt ne Ho bauen. Hey Ho. Hey Ho. Wir sind verliebt und fro. Was? Ne Ho macht man aus zwei Diamanten. Ja, Mann. Das kann man immer so herrlich triggern. Bitte? Ja, sowieso. Das ist die, die wohnen zuhören. Das ist wieder die Gesangs-WG. Ja, ihr kennt ja vermutlich nicht. Nein. Also wenn ich dabei bin, dann kann das noch mehr zur Gesangs-WG werden. Ich kann die Kappe nicht halten. Das ist gut für die WG. Man soll ja reden. Singen. Also, beziehungsweise, ich kann nicht aufhören zu singen. Wie ich mal angefangen hab. Ich kann auch nicht aufhören zu singen, aber ich kann auch nicht singen. Oh. Die haben echt nen Bummi-Effekt, so besitzt sich davon nix. Impulst wahrscheinlich. Es ist, äh, immer wieder, äh, leuchtet's grün auf. Bei mir leuchtet hier alles grün. Das ist schwierig. Na, du bist ne Leuchte. Ich packe auf der anderen Seite noch mehr Würmer. Man kann nie genug, wenn wir irgendwo haben. Okay. Brother 2017. Der hat jetzt getraut. Ähm, ähm, ähm. Mehr Würmer. Richtig aus. Ähm, ähm, ähm. Ja? Okay. Ja? Ich hab grad überlegt, dass das von der Höhe her passt. Passt! Ähm. Nennt mich V Backebrot V. Okay. V Backebrot V. V Backebrot V. V Backebrot. V Backebrot. V Backebrot. V Backebrot. So, das hätten wir schon mal. Jetzt brauchen wir, äh, Birkensitzlinge. Nein! Nein! Die scheiß Würmer haben meine Pflanze kaputt gemacht! Haha, and you baited! Ernsthaft? Ernsthaft. Aha, herr, reingelegt! Haha, die zerstören dein Feld! Funktionieren die vielleicht nicht mit Rotania? Doch, aber die haben die Erde da drunter weggemacht und die haben die Pflanze aufgefressen. Jetzt muss ich mir Keine Ahnung, jetzt muss ich mir noch mehr Diese Pflanze wieder neu craften, scheiße Aber das mache ich in der nächsten Folge Bis dann, tschüss Tschüss